Wenn Leute sich mit dem Thema HomeLab beschäftigen, kommen sie gerne mal zum Punkt Virtualisierung. Sei es Proxmox, VMware oder was auch immer. Nur vielleicht haben sie nicht die Hardware dazu da oder haben sie nicht Lust, sich mit Virtualisierung auseinanderzusetzen, weil sie z.B. nur Home Assistant und DNS-Server haben wollen. Und da gibt es eine Sache, die echt cool ist, und zwar Casuas. Und das kann man wirklich im Endeffekt überall drauf laufen lassen und das zeige ich euch auch nochmal. Hallo und willkommen bei Technik für X-Warum, Technik-Kanal. Heute geht es mal um Casuas. Casuas ist ein vereinfachtes Docker, im Sinne von vereinfacht meine ich einfach. Es hat eine WebUI, heißt IP im Raw-Sign-Tippen, und ihr könnt alles darüber kontrollieren. Natürlich hat Docker teils Nachteile, die man hier mal am Beispiel von Home Assistant. Hier haben wir vielleicht mal Home Assistant OS, das ist dann ein Full-Size OS, mit der Docker-App. Da seht ihr natürlich, dass es teilweise Nachteile hat, ist aber von Programm zu Programm unterschiedlich. Aber im Endeffekt ist es eine echt gute Sache, man braucht dafür nicht viel Hardware. Da reicht sogar ein Raspberry Pi aus. Ich sage euch heute einmal, wie ihr es auf dem Raspberry Pi installieren könnt, und auch auf einem normalen PC. Heißt, da braucht ihr halt im Endeffekt in dem Fall Ubuntu-Server, auf einem normalen PC, und auf dem Pi, halt Raspberry PiOS. Und es ist wirklich nicht schwer. Und Casuas selber, also halt das mit dem Rappi, dem Stock installiert ihr mit einem Befehl. Ob gut, wenn auch wenn ihr eine SSH-Zug auf das Gerät habt, braucht ihr aber nicht zwingt. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt an mit der Installation vom Betriebssystem, und wir fangen an mit dem Raspberry Pi. Für den Raspberry Pi braucht ihr einfach einmal eine SD-Karte, da reicht einfach 32 GB, sofern ihr es nicht irgendwie, euer Casuas noch irgendwie für Filme oder was auch immer verwenden wollt. Deswegen reicht ihr im Normalfall, macht ihr so eine kleine SD-Karte raus. Die schickt ihr dann einmal in eurem PC rein, und da braucht ihr dann auch einmal den Raspberry Pi Imager. Wie ihr habt den installiert, zeige ich euch aber auch. So, erstmal geht ihr in euren Browser des Vertrauens, in mein FaceRache Brave, und suchen dann Raspberry Pi Imager. Dann finde ich direkt Raspberry Pi OS hier, und macht hier Download für MacOS, Ubuntu, Windows, oder wenn ihr schon Raspberry Pi nutzt, einfach hier für Raspberry Pi OS. Und dann öffnet ihr den einmal, also hier, so, wiederum Pi aus, und dann fängt ihr jetzt in Pi 4. OS nehmen wir nicht erstmal an Raspberry Pi OS, wir nehmen Raspberry Pi with Ada, und dann Raspberry Pi with Lite 64-Bit. Heißt, das ist einfach ein Raspberry Pi Pi, ohne Desktop, brauchen wir aber nicht, weil wir im Endeffekt eher das bei Raspberry Pi machen, und das Ding zwei Kabel haben, mit einmal halt Strom und LAN. Man kann es auch bei WLAN machen, ich höre so nicht, für ein Home-Lap finde ich einfach LAN halt einfach besser. Finde ich halt einmal euer Gerät aus, wie ich das richtige Gerät auswählen. So, weiter, Einstellung bearbeiten, könnt hier mal direkt ein paar Sachen festlegen, hier beim Nutzer, mein Passwort wirklich empfehlen, Wi-Fi, sofern ihr es wollt. Ich brauche jetzt keine WLAN, für mich ist der Rest eingestellt. Ich würde euch noch empfehlen, aktiviert SSH. Dann können wir jetzt natürlich einfach, zum Beispiel, ins Terminal gehen, dann geht es bei dem Nutzer auch ins Terminal machen, zum Beispiel SSH, oder halt den Benutzernamen, AddDIP. So, jetzt beispielsweise hier in meinem Prognock-Server einmal. So, und so können wir halt über, einfach jedes Gerät, auf das Gerät zugreifen, und können, was auch immer halt machen, was besser ist, also irgendwie an dem Gerät selber zu machen. Gerade zwei Befehlen, um die abzuzippen, das ist einfach nervig, so. Hier können die Hülsen noch die Demetrie deaktivieren. So, sag ich hier, speichern, drückt auf Ja, und dann flasht ihr einfach einmal die SD-Karte. Also hier einfach auf Ja drücken. Bevor wir Karsos jetzt aber installieren, zeige ich euch, wie ihr Ubuntu-Server, was wir halt auf normalen PC nutzen werden, installieren könnt, sofern ihr halt kein Raspberry Pi nutzt. Für Ubuntu-Server sucht ihr einfach nach Ubuntu-Download, drückt Enter. Hier, Download Ubuntu-Desktop, geht hier oben auf Server. Und leidet auch hier euch die neueste ISO herunter, in dem Fall 2404 Long-Time-Support. Und wir sagen dann, flashieren Stick. Heißt, dafür öffnen wir das Tool Rufus. Das kann man sich auch runterladen auf Rufus.ie. Also hier geht es einfach so. So hier, ladet euch das Tool runter und nehmt einen Stick. Der muss noch nicht groß sein. Ich habe es in meinem Fall schon zu oft auf meinem PC drauf. So hier, wählt das richtige Gerät aus. Dann wählt ihr eure Gerät heruntergeladene ISO aus. So, wählt euren Stick aus und dann halt ihr auf Start. So, an eurem PC bootet ihr dann einfach von dem Stick. Dann werdet ihr vom NewCrab Bookmanager begrüßt. So, in meinem Fall jetzt ein Boxmox vor allem tut, aber nicht zur Sache. Das ist zum Kern einfach die normale Ubuntu-Installation. So, dann bootet ihr das einmal kurz. Dann solltet ihr vielleicht, falls ihr auch ein Übergangsprobleme habt, dass Probleme sich auch automatisch lösen. Hältet ihr dann startet Linux einmal ab. Das ist noch nicht der fertige Server. Heißt, jetzt ist Limacus Ubuntu-Server auf unserem Gerät. Oder vor allem, wie auch immer. Werk, auch wenn es hier jetzt ein VRM ist, ist es wie, als wenn ihr es auf einem normalen PC insandieren würdet. Heißt, dann wählt ihr eure Sprache aus. Deutsch. Erledigt. So. Hier, ihr könnt Ubuntu-Server minimalize. Minimalize ich nicht immer. Das ist voll einfach. Das kann man gut haben. Full-Party-Drivers brauche ich in meinem Fall jetzt nicht. Sofern immer, ihr oft, wenn man Treiberprobleme hat, würde ich das nehmen. So, hier sieht ihr auch einmal eure IP-Adresse vom Ubuntu-Server. Also müsst ihr das vorher nicht raussuchen. So, hier Proxy müsst ihr mal sicherstellen. Hier mal gucken, ob er den Mirror findet. Heißt, ob er sich auch Pakete runterziehen kann. Hier, wenn das kommt, ihr könnt ihr sagen, fortfahren. Können die wirklich immer eure Platte raus. Dann müsst ihr es dann halt hier passend machen. Im Am Fall ist jetzt halt nur eine Platte drin. Das ist halt hier nur so eine Co-Emo-Virtual-H-Platte. Deswegen, das war hier direkt erledigt. So. Hier steht nochmal einmal alle Infos. Ganz einfach, wie ihr es macht. Da sagt ihr, ja, fortfahren. Da gebt ihr immer euren Namen ein. Den Servernamen. Ich nenne es einfach mal hier. Docker, wegen Docker-BV-Übersite auf meinem Boxmarkt läuft. So, das könnt ihr dann nennen, wie ihr wollt. Gebt ein Passwort ein. Will ich das durchmerken, weil ich damit auch per SSH auf dem Gerät einloggen könnt. Hier könnt ihr Ubuntu-Pro aktivieren. Braucht ihr dafür aber tatsächlich nicht. OpenSSH definitiv. Das wollen wir definitiv. Hier könnt ihr noch Sachen theoretisch nicht sehen. Das Docker hier. Hiervon könnte man installieren. Aber hiervon installiert ihr bitte gar nicht. Das machen wir nachher mit CasOS. Ja. Und jetzt ist es warten, bis das fertig installiert hat. Also, das kann dann einfach eine gewisse Zeit dauern. Und wartet einfach, bis es fertig ist und sagt, dass ihr halt neu starten könnt. Dann geht ihr ins Terminal. Und verbindet euch mit eurem Gerät in dem Fall SSH. Euren Name. Add die IP-Adresse. Im allen Fall die 153. So. Ich wundere es jetzt mal ein Peilig daran, da ich auch so in meinem Ubuntu gewirkt habe. So. Wie ihr seht, ihr seid ihr eingeloggt. Und jetzt geht ihr einfach in eurem Browser. Sucht ihr nach CasOS. CasOS. Ganz einfach hier. Ich hole euch hier direkt ein Befehl den 10 Wochen hier. Den kopiert ihr. Und geht wieder in euer Terminal. Fügt ihn ein. Und jetzt heißt es nur noch, ganz einfach warten, bis es fertig installiert ist. So. Jetzt seht ihr hier. Hier ist installiert. Und hier könnt ihr auch hiermit wieder deinstallieren. Und dann geht ihr einfach auf die IP-Adresse. So. So. Hier und da kommt, könnt ihr euch erstmal euren Account erstellen. Ganz einfach. So. Startler. Und jetzt. Warte kurz hier. Block habe ich mal kein Work drauf. I-Mail auch mal direkt ein Geistes-Ausziehung hier. Braucht doch keiner. Mounten, das kann man da natürlich nicht machen. Hier könnt ihr halt ein paar Sachen einstellen. So, ich habe auch die Suche immer weg. Ich habe es ganz simpel. Und jetzt könnt ihr alle Apps installieren. Jetzt soll ich euch noch einmal ein Beispiel gehabt, wie ihr Home Assistant mit Hacks installieren könnt. So. Dafür geht ihr halt einfach in den App Store, wo es schon einige Sachen gibt. Und könnt ihr auch aussehen, indem wir jetzt tatsächlich Home Assistant installieren. Und zwar, die Kurs, bis es installiert hat. Ja, das ist jetzt auch mal FreePi. Wie ich es gerade sogar teste. Und ihr seht, das geht sogar tatsächlich recht schnell. So. Ihr seht, hier ist natürlich auch hier eine App drauf. Könnt ihr auch verschieben, warum ihr jetzt hier das hinhaben wollt. Könnt ihr dann öffnen. Und könnt dann halt einfach hier alles ganz normal einrichten. Erstmal sieht es jetzt hier raus wie ein ganz normales Home Assistant. Komma. Aber, das zeige ich euch jetzt hier. So. Das zeige ich jetzt hier nur. Jetzt hier fehlt hier einfach der Add-on Store. Da hast du immer nicht die Sache weiterholt, die eigentlich das wichtigste Zeug ist. Und jetzt zeige ich euch noch eine Sache, die ihr nicht mit Home Assistant verbunden ganz gut zeigen kann. Und zwar steht oft tatsächlich irgendwas in den Wald. Hier. Go inside the container world. Blablabla. Mit dem Empfehlen braucht man gar nicht. Man geht, kopiert sich ja nur den Empfehlen, den man ausführen will. Geht auf Cars. Also hier rauf. Bei Einstellungen. Und hier aufs Terminal. Ganz einfach. Viel einfacher. Und jetzt hier auch ganz einfach drüber installieren. Und wie ihr seht, man braucht keinen. Er muss auch zum Beispiel keine Befehle ausführen. Für irgendwie hier. Gehen ins Terminal. Und so weiter. Wie ihr seht, Cars ist echt cool. Es ist einfach zu zählen. Und das Einzige, das ich brauche, ist ein Linux-VC. Und Linux kann man ja natürlich überall drauf. Und das ist ja wirklich sogar für einen Toaster. Und ihr braucht theoretisch sogar nur einen Netzwerktreiber auf dem Ding drauf. Also mehr braucht ihr im Endeffekt auch nicht. Wie ihr seht, das ist wirklich nicht schwer. Und in meiner Meinung nach auch echt cool für Anfänger im Bereich Homelab. Weil es nicht kompliziert ist. Und wie ich finde, wie gesagt, ganz einfach ist. Wenn ihr noch Fragen und Anmerkungen, was auch immer habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao.